Guten Morgen YouTube, wir sind am Sabaton Tag 23 und wir haben immer noch zwei Tage auf der Uhr. Täglich grüßt das Wurmeltier. Heute schauen wir uns ein niegelnagel neues Video an. Der Weg zur Hölle dieses Rohr führt in die geheimen DDR-Bunker mitten im Wald. Die letzten Folgen von dem jungen Mann waren immer ziemlich cool. Adventure Buddy heißt der Kollege. Sein Video wird wie immer in der Videobeschreibung verlinkt, falls ihr euch das Original mal anschauen wollt und da vielleicht auch mal ein Like da lassen wollt. Oh, bitte machen. Ansonsten würde ich sagen, falls ihr auch gerne mal in dem Stream live dabei sein wollt, schaut unbedingt auch in die Videobeschreibung rein, weil da ist der Link ebenfalls enthalten. Und ich würde sagen, let's go. Oh, Werbung. Das skippen wir natürlich, weil... Oh, danke für deine Werbung. Kuss. Wir sind gut informiert. Wir lieben Werbung. Danke. Okay. Machen wir. Danke. Chat. Kuss. Alle lieben Werbung. Sag mal, wie lange geht diese Werbung bitte? Okay. 2 Minuten 16. Let's go. Oh mein Gott, was ist jetzt passiert? Die Seite ist abgestürzt. Bevor wir mit dem richtigen Video durchstarten... ...glaub ich jetzt nicht. Einfach das Video abgestürzt. Habt ihr das gesehen? Nachtmission. Wir haben es halb vier. Mitten in der Nacht. Nach einem völlig zermürbenden Tag. Und der Tag will einfach kein Ende nehmen. Wir sind hier auf einem ehemaligen militärischen Gebiet, auf dem sich irgendwo ein Zugang zu einem Bunker befinden soll. Wie so oft. Und den versuchen wir jetzt zu finden. Mitten in der Nacht. Mitten im Nirgendwo. Könnt ihr mal kurz leuchten? Das ist ja nicht der Bunker, oder? Das ist aber nicht der Bunker. Das ist ja voll Wasser. Das ist ein Versorgungsgang von dem Bunker. Weil krass, wie das aussieht, ne? Einfach aus den Füßen vorwärts runter, einfach genau. Jetzt kommt dann weiter weiter. Oh mein Gott, ich wäre da schon an der einen Stange hängen geblieben. Da kommt eine Kante. So. Das dreht wirklich. Lass mich los. Warte, da zieht mich jemand. Warte mal. Ja, okay. Wollt ihr mit dem Kopf über dir? Und jetzt müssen wir hier durch. Santa Monica. Komm mal da rein. Das wird nicht schön. Da rein. Wie? Aber dann nicht in den Gang. Wie? 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 Alter. Mega anstrengend. Gruselig. Der hat ja noch Freunde dabei. Stell dir mal vor, er wäre alleine. Ja, er muss Freunde dabei haben. Bro, da musst du wirklich aufpassen. Exit. Das ist schon mal markiert. Das ist schon mal gut. Es geht spannend los. Durch dieses mickrige kleine Loch. Einen Gang hinunter. Holy shit. Das sieht aus wie so eine Schleuse. Mit mehr auf den Rippen bist du safe lost. Ja, ja. Das war's dann komplett. Unter die Erde. Ich bin eh so ein Mensch, der voll Platzangst hat. Ich weiß nicht, wie es euch so geht. Also auch unter Wasser und alles. Ich weiß nicht, es gibt so viele Videos, wo Leute in so enge Höhlen tauchen und sich durchpressen. Oder irgendwie, ich kann das alles nicht. Wenn ich das jetzt schon sehe, das macht mich fertig. Also ich krieg schon wirklich, das sieht für mich so aus, ob der Raum immer kleiner wird. Moin Moin Billy, wie geht's dir? Spooky. Was ist das denn bitte? Du läufst hier durch den Wild und kriegst in so ein kleines Loch. Auf einmal bist du in einem riesigen 50, 60 Meter langen Gang. Steht das Ding unter Wasser? Ja, hier ist ein Loch in der Wand. Nein. Krass. Oh Gott. Hast du Nachtschicht gehabt, Berlin? Ja, geil. Das hat ein Loch in der Wand. Guck mal, ich hab mich nach. Der Bunker geht jetzt rein. Was? Da ist der Bunker. Da geht's rein. Wir müssen nochmal hier durch. Oh mein Gott. What the fuck? Boah, was ist denn das? Ach du Scheiße. Wir stehen hier in so einem Raum mit Heizkesseln oder sowas. Alles auch wieder auf Russisch. Und hier gehen Platten auf so ein... Das sieht alles nicht so gut aus hier irgendwie. Ja, irgendjemand hat hier schon eine Treppe drüber gebaut. Überall kleine Abzweigungen. Träume. Tschernobyl. Ey, das erinnert alles ein bisschen an Tschernobyl. Hat auch wieder russische Bezeichnungen. Aber krass. Dann ist es ja eigentlich richtig ein DDR-Bunker, ne? Also es muss ja ein Bunker aus der DDR sein. Also nicht erst der Weltkrieg oder irgendwas danach, sondern da das russisch ist, kann es nur ein DDR-Bunker sein. Krass. Ich muss uns ein bisschen orientieren. Guck mal, wie groß das eigentlich ist. Wie riesig strukturiert. Und vor allem merken, wo der Ausgang war. Alter, was ist das hier krankes... Oh, shit, Billy. Hä? Klingt nicht so gut. Das ist irgendwas, was hier gefedert war, ne? Ne, das sind Schwingungsdämpfer. Hier wird das Notstrom-Aufgabe aufgewiesen sein. Ach, Schwingungsdämpfer sind die Dinger auf dem Boden. Krass. Ja klar, wegen Erdbeben und so. Das alles... Boah, heftig. Bunker. Ja, okay, macht Sinn. Aber krass, dass das so Schwingungsdinger sind. Viel Erfolg, Sushi. Die ganzen Boden, ne? Den koppelt hier, ne? Sushi, 18 Uhr ist das Quiz, falls du mitmachen willst. Ja, das ist so mächtig. Das war ja für einen Bomben-Einschlag gedacht. Das ist ein Labyrinth, oder? Ja. Das Ding ist gigantisch. In jede Richtung gängiger weiter. Boah, was ist das denn? Ja, wir haben auch gerade morgens Sport gemacht, Willi. Lass mal in die Lüftungskammer. Alter. Muss pünktlich sein, Sushi. Muss nachher pünktlich sein. Das ist auf jeden Fall eine ganz andere Atmosphäre. Hier sind überall Wassertropfen oben an der alten Lüftung. Alles ist verrostet. Das sieht schon sehr krass aus. Also diese russischen Schriftzeichen überall an den Wänden. Mädchen, ihr verlauft euch dann später da drin und seid verloren, ne? Ich fass es nicht. Ey, die Treppen machen mir auch Angst. Wir laufen jetzt hier unter der Erde in der Etage nach oben. Das Ding ist wie viel alt gebaut. Krass. Alter, der Boden. Quasi hier komplett in der Runde und das auf zwei Etagen. Also ich habe ja nicht viel Ahnung von Bunkern, ne? Aber wir waren mal in Frankreich in einem alten Bunker. NATO-Bunker war das. Der war genau so aufgebaut. Das war so ein Telekommunikations-Bunker oder so. Da war so eine Führungszentrale. Keine Ahnung, ob das vielleicht auch sowas hier war. Ich meine, das Ding liegt sehr, 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 sehr abseits. Hier ist weit und breit nichts drumherum. Auch keine Gebäude. Nichts, was irgendwie daraufhin hinweist, dass hier mal Gebäude gestanden haben. Und deswegen denke ich mal, dass das irgendwie sowas super Geheimes war. Was hat auch irgendwie versucht... Ja, 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 das meine ich, das meine ich, Heinz. Wurde von oben. Das meinte ich auch gerade mit den Treppen. Soweit es geht zu verschleiern. Wir laufen jetzt gerade noch ein bisschen in der Schleuse durch. Wie komme ich rein ins Quiz? Sushi, ich nehme gerade ein Video auf. Wie gesagt. Alles dicht hier. Okay, zugekippt. Das war auf jeden Fall der offizielle Eingang damals. Ehrlich? Ja, würde ich sagen, oder? Der Haupteingang von dem ganzen Ding. Ja. Da vorne so eine dicke Bunkertür. Da würde Sinn machen. Krass, wie da der ganze Schmordereien gerauscht ist, ne? Da kommt man nicht mehr raus. Hier der lange Eingang. Aber hier war nochmal so ein Vorraum, ne? Dann, bevor es in den Bunker ging. Hier war eine Lüftung. Hier nochmal eine Tür. Krass, was ist das für eine Art von Bunker? Das sind das, das könnte auch nicht Schlafplätze sein. Das sind normale Regale, ne? Das ist jetzt kein, das sind einfach Versorgungsregale. Was ist das? Das sieht aus wie ein Lagerraum. Ja. Vielleicht für Waffen? Maybe, ja. Für Waffen könnte es sein. Auf jeden Fall war er stark gesichert und direkt im Eingangsbereich. Krass. Dann bist du quasi von dort. Hier über die Schleuse und in den Bunker reingekommen. Alter. Was sind das denn? Das sind ultrafette Türen. Mach das nicht zu, du kriegst es nie wieder auf. Zwei, drei. Alter. Das ist Wahnsinn. Diese Bunkertüren sind immer so krass. Arkel. Mit dieser Mechanik, wie die irgendwie verriegeln. Das sieht immer aus wie, weiß ich ja nicht. Was der Herr. Hier drinnen, wenn du hier standest, in diesem Raum warst du in der Schleuse. Hinter die wurde zugemacht und vor dir, ne? Ja. Und dann wurde das nacheinander geöffnet. Und dann hast du hier nochmal die Dekontschleuse. Achso, eine Dekontimanie, ich kann das mal schon wieder nicht aussprechen. Dekontaminationsdusche. Hier, hier war ich mir, dann sind ich hier im Umweg raus, da hat man ein Waschbecken, dann sind wir da raus. Ich glaube, das ist der Gang gut. Bis gleich, Billy. Weg zur Hölle, steht da drüber. Was ich übrigens nochmal ganz interessant finden würde, was das hier ist. Da oxidiert irgendwas drin. Filter für was? Gasmasken? Gasmasken. Passt ja, oder? Das sind ja diese russischen Gasmasken dann mit dem Schlauch. Krass, stimmt! Sackgasse? Ja. Okay. Ja, passt auch nix. Also wir rätseln noch, was das für ein Bunker gewesen sein könnte. Hier sind sehr große Räume zwischen. Überall Kabeltrassen. Also es war auf keinen Fall Luftschutzbunker für irgendeine Bevölkerung oder sowas. Ich weiß nicht, ob hier vielleicht mal irgendwie so ein Schaltpanel auch drin war. Leute, ich bin echt mal gespannt. Wenn ihr irgendwie so Übersetzungen in die Kommentare schreibt, finden wir dadurch vielleicht mehr raus. Ich bin von euch jemand hier die verschiedenen Sachen übersetzen kann. Das wäre mal interessant. Wir vermuten, dass das irgendwie ein Führungsbunker hier gewesen ist. Telekommunikation, irgendwie sowas in die Richtung, weil hier halt super viel Technik drin gestanden haben muss. Ich glaube, das hier war ein kleines Badezimmer. Guten Morgen, Hund und Katze. Mir geht's gut. Wie geht's dir? Wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Da ist noch der Rest von der Schüssel. Da ist noch nicht mehr ganz so viel über. Aber wo ist das alles hin abgeflossen? Also ich sehe da gar kein Rohr, nichts. Interessante Schüssel, Chad. Also der Bunker geht irgendwie in alle Ecken wie so ein Labyrinth immer weiter. Aber da ist dann meistens auch noch ein, zwei Räume wieder Stopp. Alter, hier geht aber überall noch eine Tür weiter. Und hier ist plötzlich einfach... Hä? Okay, hier ist Schluss, aber... Hä? Doch nicht. Hä? Hier geht's weiter. Was ist denn das? Hier ist wieder Wasser und hier geht's weiter. Hey, Hauptsache, wir finden noch zurück. Ah, hier war wieder ein Ausgang. Das war wieder eine Schleuse. Der Weg in deinen Untergang. Was ist das hier? Naja. Oh, ah, what the fuck? Jetzt geht's eher vom Bunker in eine Höhle hier, oder was ist das? Alter! Was ist das denn? Was ist das hier? Hä? Schacht oder... Das ist eine Platte. Da drüber ist... 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 Äh... Äh... Draußen. Ja, da sind Wurzeln. Ja. Krass! Da wachsen Wurzeln rein. Das sieht voll wild aus, absolut. Alter. Guck dir das mal an! Da haben wir jetzt mal an die Technik reingebracht. Wahrscheinlich absolutes Labyrinth. Keine Ahnung, wir laufen mir die ganze Zeit jetzt noch im Kreis, beziehungsweise im Viereck. Aber das scheint wohl alles gewesen zu sein, die zwei Etagen. Ich meine, das ist ja auch groß genug super verwinkelt, das Ding hier. Aber ich glaube, wir haben jetzt echt in jeden Raum reingeguckt einmal. Einmal noch über die Böhlbrücke. Das ist eine Suppe da unten. Gar nicht gesund. Leute, übersetzt gerne mal, was war in diesen Tanks drin? Oder was vermutet ihr? Was glaubt ihr? Das riecht auf jeden Fall sehr bölig hier drin. Und das Wasser hat einen richtigen Film. Habe es auch gefunden, Dev. Was hast du gefunden, Beagle? So, Presse braucht du erstmal einen Kaffee. Wie noch? Steh jetzt mal auf. Nein, bitte nicht. Wo sind die? Keine Ecke, nix von dir. Warte. Ach du Scheiße. Ist das Ding groß? Ja, Beagle, das ist. Ist das hier immer drin? Alter, sitzt Tarantola höchstpersönlich. Hier oben. Das ist, komm mal hier mal durch. Alter, Kevin. Wo ist die? Da. Wo? Alter, lass mich hier. Alter. Ja. Oh mein Gott. Oh, bin ich am ölen. Habe es dir bestätigt, Beagle? Boah, jo. Das ist gut. Hi, de. Sie haben es wieder raus geschafft, Schatz. Sie haben es wieder raus geschafft. Witzker, Leute. Ja. Kleine, aber feine Tour durch die Nacht, würde ich sagen. Ne? Was man halt so macht. Oh, um vier Uhr. In der Früh. Super interessanter Bunker. Echt groß. Sehr, sehr verwinkelt. Leider auch schon sehr, sehr beschmiert. Live-View ist bestellt. Aber auf jeden Fall mal was. Geil. Beagle, Kuss geht raus. Besonderes, was man nicht jeden Tag sieht. Mir läuft der ganze Schweiß ins Auge. Jetzt geht es gleich richtig mockig. So. In der Koje. Und, äh, ja. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ja. Daumen hoch. Ey, also das Video hat mir sehr gefallen. Einen Like habe ich aber schon vorab gegeben. Deswegen kann ich jetzt keins da lassen. Aber wie gesagt, geile Aktion. Ich habe da auf jeden Fall ein bisschen Bammel bei sowas. Ich könnte nicht in irgendwelche so engen Räume, in das Dunkle oder sonst was. Ich glaube, wir werden zwar auch demnächst mal so ein Lost Place besuchen. Aber einer, der auf jeden Fall nicht so ist. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Schreibt gerne auch etwas in die Kommentare, damit ihr nichts mehr verpasst. Auch ein Abo. Und das Originalvideo ist in der Videobeschreibung drin. Falls ihr Bock habt, im Livestream vorbeizuschauen, auch diese Links sind alle mit drin. Ich würde sagen, Dankeschön fürs Zuschauen und hasta luego.